Meine Lieben, es gibt wieder ein paar neue wichtige News zu meinem Buch und diese möchte ich mit dir gemeinsam durchgehen. Es wird sehr, sehr spannend, also bleib auf jeden Fall dran. Sehr viele haben mir geschrieben, Marco, ich möchte mehr über das Buch erfahren. Ich möchte nicht warten, bis das Buch kommt. Ich möchte wissen, worum geht es genau in dein Buch, wie ist es strukturiert und so weiter. Und ich habe mir Mühe gemacht und habe eine komplett neue Webseite erstellt für das Buch, wo alle wichtigen Informationen drin enthalten sind. Du kannst dich auch auf dieser Webseite anmelden, wenn neue Informationen kommen, dann wirst du sie ebenfalls bekommen. Aber starten wir direkt mal mit den ersten wichtigen Informationen, bevor wir dann in die Details des Buches einsteigen. Also das Erste ist, dass die Webseite jetzt komplett neu kreiert wurde. Es gibt auch ein eigenes neues Video dafür. Und wie du vielleicht schon weißt, ist das Buch auf 18 Kapiteln aufgebaut, hat aber jedoch vier eigene Säulen. Die erste Säule ist eben die Konstruktion der Realität. Das geht dann über in die Erschaffung der Individualität in der Konstruktion. Dann geht das in der dritten Säule, also das daraus resultierende Bewusstsein und schließlich der Sinn der Existenz. Das Bewusstsein entsteht, wenn in der Konstruktion Individualitäten gemeinsam Erfahrungen machen und sich darüber bewusst werden. Ist das Nächste, was ich dir auf jeden Fall sagen möchte, dass es bald auch Merge-Produkte zum Buch geben wird. Also angefangen von Kugelschreiber, Notizblöcken, Hemden, Pullover, Handyhüllen, sogar Putztücher für Brillen zu produzieren. Das schaut nämlich cool aus, wenn das Auge sozusagen die Brille putzt, dass man noch klarer sehen kann. Was ja auch eines der Kernbotschaften vom Buch ist. Und es wird viele weitere Produkte geben, da wird es auch eine eigene Webseite bald geben, wo die ganzen Produkte drauf sind. Und ich freue dich auf jeden Fall drauf, das wird sehr, sehr cool und ich werde mir da sehr viel Mühe geben beim Design. Dann gibt es immer wieder die Frage, wie sieht es aus mit dem Hörbuch? Und ich habe gute Nachrichten, ich werde das Hörbuch selbst produzieren. Das heißt, ich werde das Hörbuch komplett selbst absprechen, werde mir einen Sprecher holen für die Stimme von Gott, der sozusagen die ganzen Texte gechannelt hat, eine sehr gute Stimme, und werde das dann sozusagen im Eigenregie selbst produzieren. Das wird jedoch ein bisschen später kommen, also erst nach der Buchveröffentlichung, ein paar Monate, ich weiß noch nicht genau wann. Aber wenn das fertig ist, wirst du auf jeden Fall von mir auf YouTube erfahren, dass das Hörbuch jetzt verfügbar ist. Das Buch ist so geschrieben, dass man es auf jeden Fall lesen sollte, aber auch im Nachhinein immer wieder gern anhören will, weil es eigentlich ein Abenteuer in der Reise ist. Also da kannst du dich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Eine neue gute Nachricht ist, dass es bald auch ein, und zwar im Oktober, wenn alles gut läuft, das Praxisbuch dazu geben wird. Da erzähle ich dir auch gleich etwas drüber. Und zwar, als ich fertig geworden bin mit dem Buch, bin ich von Bulgarien nach Belgrad geflogen und dann mit dem Auto mit meinen Eltern zu den bosnischen Pyramiden gefahren, wo ich aufgewachsen bin. Und auf dieser Fahrt ist etwas sehr, sehr Magisches passiert, weil ich bin genau in Bulgarien fertig geworden mit dem Buch, habe dann die ganzen Essenzen, die dort drinstehen, plötzlich verstanden. Und meine Mama hat mit irgendwelchen Themen angefangen. Und während wir gesprochen haben, konnte ich durch das Verständnis, was in diesem Buch erklärt wurde, ihr ihre Themen aufzeigen, ihr erklären, warum etwas geschehen ist. Ganz banale Dinge, die eine große Auswirkung hatten in dem ganzen Leben, haben plötzlich alle Sinn gemacht. Und wir haben eben diese, ich glaube, acht Stunden sind wir hin- und zurückgefahren, die ganze Zeit über alle Themen gesprochen. Und es war so eine Mischung zwischen Verstehen, Weinen, Auflösung und so ging es die ganze Zeit dahin. Und mein Stiefvater war auch so, der war dann so voll baff und der so, Marco, ich habe dieses Thema. Und ich habe einfach dann, weil ich das Buch gelesen habe, verstanden, warum sich das gebildet hat und welche Essenzen das Ganze hat. Ich werde zu diesem Thema ein eigenes Buch machen. Und das ist auch der Grund, warum ich das Praxisbuch geschrieben habe. Ich habe nämlich die ganze Story meinem Verlagsmanager erzählt und der hat gesagt so, wow, das hört sich so krass an. Und er hat ja auch das Buch schon gelesen und hat gemeint, das macht voll Sinn, wie man dann das Wissen anwendet im eigenen Leben, um eine Reflexion zu bekommen von seinen eigenen Themen und ein tiefes Verständnis für alles, was geschehen ist und vielleicht auch noch geschehen wird. Das ist auch der Grund, warum er gesagt hat, okay, wir machen jetzt ein Praxisbuch daraus, damit wir das Ganze einfach in den Alltag, wie wenden wir das in Praxis im Alltag an. Weil, wenn du etwas liest, können zehn Leute etwas lesen, aber jeder wird das anders interpretieren. Und deswegen macht es Sinn, dass man das Wissen, was man dort bekommt, weil es einfach so viel ist, an verschiedenen Perspektiven bekommt, wie man das Wissen versteht, dass man es entweder so im Leben anwendet oder so oder so und was für eine Auswirkung das hat. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und eines der wichtigsten Dinge, die ich dir in diesem Video sagen möchte, ist, dass es ein erstes Seminar zu dem großen Mysterium geben wird. Vermutlich in diesem Jahr das einzige Event. Und zwar wird das in Bern stattfinden bei die Quelle. Es gibt so ein Abend-Event, das findet statt am 7. Juni, also kurz nach Buchveröffentlichung. Das ist ein Abend, das fängt um 19.30 Uhr an und geht ein paar Stunden, wo ich einfach einen Vortrag halte, einen kurzen. Und dann gibt es eben direkt an den Wochenende, das ist dann von 8. bis 9. Juni in Bern bei der Quelle, das große Event, wo ich einen ganzen Samstag und Sonntag einen Vortrag über das Buch gebe. Das ist auch vermutlich die einzige nächste Gelegenheit, um signierte Versionen zu bekommen. Also wenn wir uns dort sehen, dann kann ich dir persönlich vor Ort das Buch auch signieren. Es wird in diesem Wochenende sehr spannend, weil ich erzähle die Geschichte, wie es zu diesem Buch kam und dann gleichzeitig die ganzen Erfahrungen aus einer anderen Perspektive und die ganzen Essenzen. Es wird wie so ein Praxisevent für das Buch sein. Und das wird sehr, sehr bewusst und so weiter und freue mich auf jeden Fall daraus. Da geht es auch viel darum, wie man das Wissen im Leben integrieren kann und was es mit einem macht und wie man auch in diesen Zustand selbst hineinkommt. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und jetzt springen wir in den Buchinhalt. Ich möchte mit dir noch ganz kurz die einzelnen Kapitel grob durchgehen. Das findest du übrigens alles auf der Webseite www.dasgroßeMysterium.com. Dort ist auch ganz, ganz wichtig für alle, die das Buch lesen und sagen, so, ich gehe zu diesem Kapitel. Das Buch ist nicht geschrieben, dass man es einfach sagt, ich lese mal das vierte Kapitel und dann springe ich zu diesem Kapitel. Das ist absolut nicht möglich bei diesem Buch. Das ganze Buch ist ein Abenteuer, eine Reise, die dich von A abholt und bis Z führt. Und du wirst dann nicht verstehen, was unten steht, weil du die ganzen Zwischenstationen nicht mitgemacht hast und auch kein Verständnis dafür hast. Deswegen, wenn du das Buch liest, dann lese es von Anfang bis zum Schluss. Es ist eh so geschrieben, dass du es schnell durchlesen kannst, weil es eben eine Art Romanstil mit Abenteuer, Erfahrungsberichten und Channelings ist. Das ist also ein komplett neuer Schreibstil, eine neue Schreibweise, die man bisher in keinem Buch so gefunden hat. Das erste Kapitel nennt sich Erster Kontakt und dort beschreibe ich meine erste Nahtoderfahrung, die ich gemacht habe und wo ich zum ersten Mal eben zu Gott kam und wo mir ein bisschen die Augen geöffnet wurden in Bezug auf mein Leben und so weiter. Das ist ein perfekter Einstieg für das Buch, weil es einfach eine Nahtoderfahrung war. Ich werde ganz kurz darauf eingehen, wenn du detailliert wissen willst, wie das Kapitel strukturiert ist, schau einfach auf die Webseite vom großen Mysterium und klicke dann oben auf das Buch und dort findest du sozusagen dann eine detaillierte Beschreibung von einem jeden Kapitel. Das zweite Kapitel ist die Konstruktion. Das ist ein sehr spannendes Kapitel, wo ich in diese Ebenen komme, wo mir dann erklärt wurde, wie die Konstruktion aufgebaut ist, wie sie strukturiert ist. Das war sozusagen das Retreat, wo ich war, wo ich die ganze Nacht Fragen stellen konnte und Antworten bekommen habe, wo ich einen Großteil des Buches auch in dieser Nacht geschrieben habe. Ich war im Retreat und ich war einfach unter der Bettdeck und habe die ganze Nacht geschrieben und konnte tatsächlich einfach Fragen stellen und habe die Antwort wie bei einem Telefon bekommen, eine andere Stimme und die hat so Sachen, also so krasse Sachen gesagt, wo ich dann einfach einen tieferen Einblick in die Konstruktion bekommen habe. Es hieß ja auch am Anfang, falls du die Leseprobe gelesen hast, die gibt es mittlerweile ja auch nicht mehr. Hieß es ja auch, dass man, wenn man Bewusstsein verstehen will, muss man zuerst verstehen, wie die Konstruktion aufgebaut ist und wo du dich gerade befindest. Das ist sozusagen der erste Schritt, um eine Basis von Bewusstsein zu bekommen. Und dann hieß es ja, dass der zweite Schritt ist, dass du verstehst, wer bist du selbst? Was hat es mit dir, mit deiner Individualität auf sich, die sich gerade in der Konstruktion befindet? Und wenn du diese zwei Sachen verstanden hast, erst dann wirst du verstehen, was ist Bewusstsein, wie bildet sich Bewusstsein? Und wenn du das verstanden hast, dann können wir über den Sinn des Lebens, den Sinn von Göttern und den Sinn der ganzen Existenz sprechen. Das war so die Einleitung in diesem zweiten Kapitel, also sehr, sehr spannend. Das dritte Kapitel ist die Initiation. Das ist eine Initiation, die ich erleben durfte, die mich eingeweitert in einen erweiterten Bewusstseinszustand. Ich habe auch die ganzen Texte der Initiation Wort für Wort aufgeschrieben. Und wenn du das gelesen hast, dann wirst du genau wissen, wovon ich spreche. Das ist so geschrieben, dass das Gehirn, der logische Verstand damit nichts anfangen kann. Aber, wenn man zwischen den Zeilen liest und wirklich versteht, und das ist das, was wir machen im Wochenendevent in Bern, dort werde ich dir die Sachen vorlesen und werde dir erklären, was das bedeutet. Du wirst einen viel tieferen Zugang zu diesem Werk bekommen und wirklich verstehen und vielleicht auch selber dann deine Initiation dort erleben. Auf jeden Fall, Initiation, wenn du das Buch dann weitergelesen hast, dann wirst du genau wissen, warum die Initiation so wichtig war. Kapitel 4 ist das erste Tor, das ist das Kontrollieren des Zustandes, weil es heißt, wenn du Gott nicht nur theoretisch erfahren willst, oder das Bewusstsein, das alles baut, dann musst du lernen, deinen Zustand zu kontrollieren. Das wird dein Bewusstsein so erweitern, dass dein menschlicher Verstand damit nicht klarkommen wird. Und das Kontrollieren des Zustandes ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir Menschen lernen können, weil wir Dinge erleben. Und wenn wir diese erleben und dann unseren Zustand kontrollieren und happy damit sind, dann können wir über die Grenzen hinauswachsen und Dinge sehen, die wir so nicht wahrnehmen können oder erleben können oder fassen können. Ich habe das selbst so erlebt wie so eine Ameise, wo jemand dann steht und versucht, der Quantenphysik zu erklären und die Ameise ist komplett im Blackout und das kann sie gar nicht fassen. Und die Initiation in Kombination mit dem Kontrollieren des Zustandes und dem Wissen, was in diesem Buch vermittelt wird, hilft eben diese Ameise so zu öffnen, dass sie sich entfalten kann, um eben diese Quantenphysik zu verstehen und dann plötzlich eine höhere Realität zu erleben, die Verwandlung von der Raupe in den Schmetterling. Das nächste Kapitel 5 ist, es gibt nur dich. Und zwar die nächste Stufe. Als ich verstanden habe, okay, ich kann meinen Zustand jetzt kontrollieren, egal was kommt, es ist voll okay, dass es geschieht, dann ist das Nächste, was geschehen ist in der Erfahrung, dass wenn man in dieses göttliche Bewusstsein eintreten will, muss man selbst realisieren, dass es nur ein Bewusstsein gibt und dass du dich von deinem Ego so entkoppelst, dass du selbst akzeptierst, dass es nur dich oder dein Bewusstsein gibt und dass du dieses eine Bewusstsein bist und dass alle anderen eine Reflexion von dir selbst sind, damit du verstehst und dich selbst in einer Zeit, in einem Raum hältst, um dich zu unterhalten. Aber umgekehrt genauso. Das ist ziemlich kompliziert, das wird im Buch dann alles klar werden. Dann kommen wir zu Kapitel 6. Wie gesagt, ganz detailliert habe ich das alles zusammengefasst auf der Webseite. Kapitel 6, das dritte Tor ist das Tor, wo ich dann in diese dritte Phase kam. Und zwar zuerst war ja das Vergessen. Dann war, also nicht das Vergessen, die erste Phase war das Kontrollieren des Zustandes. Dann die Realisation, es gibt nur dich. Und dann, Nebel des Vergessens, dann die Amnesiephase, wo ich dann vergessen musste, wer ich bin, um zu dem zu werden, der ich war, bevor ich der wurde, der ich jetzt glaube zu sein. So ist es im Buch geschrieben. Man merkt, ich habe es schon ein paar Mal gelesen. Deswegen kann ich viele Sachen schon auswendig. In jedem Fall kam ich dann durch dieses Vergessen in diesen Zustand rein, in diesen Warteraum, in diesen Hyper-Warteraum, wo Seelen hinkommen, bevor sie sich inkarnieren. Und habe mich dann wieder komplett erinnert, hey, ich bin immer wieder hier gewesen und ich bin eigentlich noch nie weggegangen. Denn dieser Raum nimmt das Bewusstsein und dissoziiert das und formt das so um, dass man dann in die Fantasie springt und die Realität erlebt. Crazy. Lest das durch. Das wird crazy. Das nächste Kapitel ist Ein Tag mit Gott. Kapitel 7. Das war dann der Tag, als ich dann, beziehungsweise davor, Nebel des Vergessens, war dann meine Erfahrung, wie ich durch das Vergessen dann in diesen Zustand kam, vom göttlichen Bewusstsein. Darum heißt auch das Buch Das große Mysterium, wie ich selbst zu diesem Mysterium wurde. Es ist sozusagen ein Praxisbuch, als du erlebst diese Geschichte, wie man selbst das erlebt und wie du selbst auch vielleicht dahin kommst durch diese Realisation, dass du das bist. Und das war halt so heftig, dass dann am nächsten Tag, aber ich habe auch die Erfahrung ganz genau geschildert, was habe ich erlebt, als ich in dieses göttliche Bewusstsein kam und ich habe da wirklich nichts ausgelassen. Ich habe sehr detailliert durch mein Gerichtssachverständiger Gehirn alles mehr gemerkt können und habe auch während der Erfahrung alles auch aufgeschrieben. In jedem Fall war das verrückt, aber das war so intensiv, dass am nächsten Tag der Gott sich manifestiert hat, physisch und ein Tag bei uns im Retreat war und mit dem Teilnehmer dort gesprochen hat und das ist eine crazy Story, die man vielleicht noch nie so irgendwo gehört hat. Das ist filmreif wirklich und das ist dann das siebte Kapitel, also als Gott da war und was er mit den anderen besprochen hat und was er uns erzählt hat, was wir gelernt haben. Crazy, crazy. Kapitel 8 ist dann von 18, nennt sich Jenseits der Götter, das ist dann die Version oder diese Erfahrung gewesen, die noch weiter ging. Wenn man verstanden hat, dass es nur ein Bewusstsein gibt, dann erkennt man später, okay, dieses Bewusstsein hat sich wie eine Zellteilung geteilt und es existiert nicht nur ein Gott, sondern ein Gott, der sich selbst multipliziert hat, um nicht allein zu sein, um andere Götter mit sich selbst auf eine Reise zu schicken und aber diese ganzen Götter werden, ich nenne das so, wenn jeder Gott eine Welle ist, dann ist der Ozean ein hyperdimensionales Quantenbewusstsein und Kapitel 8 ist meine Erfahrung bei diesem hyperdimensionalen Quantenbewusstsein, als ich dort war und mir dieses Bewusstsein ziemlich crazy Antworten gegeben hat auf meine sehr krassen Fragen. Ich bin ja sehr skeptisch und forsche ja am Bewusstsein und viele sagen so, oh, die Esoteriker und so, ich habe mit Esoterik eigentlich gar nichts am Hut, ich bin lediglich ein Gerichtssachverständiger, um das mal ganz offen zu sagen, der alles hinterfragt und der das Bewusstsein erforscht und der sehr kritische Fragen stellt und der genau diese Erfahrungen macht, um eben kritische Antworten zu bekommen, weil ich mich nicht mit esoterischen, simpel Antworten zufrieden gebe. Das ist auch mein Weg, das ist auch der Weg, den ich gegangen bin und der Grund, warum ich Astralreisen und so gelernt habe, weil es für mich einfach ein Weg war, der mir den Schleier von den Augen entfernt, damit ich Dinge sehe, die andere Menschen nicht sehen, weil sonst ist man nur jemand, der glauben kann, aber glauben reicht für mich definitiv nicht. Und Jenseits der Götter ist ein Kapitel, wo ich eine Erfahrung gemacht habe, die mich eben dorthin gebracht hat, wo ich eben Fragen gestellt habe, wie, wer hat dieses Bewusstsein erschaffen? Was ist die mathematische Formel hinter Bewusstsein? Und warum hat Gott sich selbst erschaffen? Und wer hat Gott erschaffen? Und wer hat dieses Quantenbewusstsein erschaffen? Und wie ist die erste Grundprogrammierung von diesem einen Bewusstsein? Sehr, sehr crazy Fragen und viele andere Fragen habe ich dort gestellt und unglaubliche Antworten bekommen. Kapitel 9 ist dann eine andere Erfahrung, wo ich, es geht dann um die Individualität, also bis jetzt hat man so die Basis vom Buch bekommen, also wo man versteht, okay, Konstruktion und die ganzen Sachen und wie ist das vom Hyperraum konstruiert. Und dann geht es in Kapitel 9 in die Individualität, wo es darum geht, dass man versteht, wer ist man selbst? Was hat das mit einem zu tun? Was ist das Zusammenspiel zwischen dir, den anderen, zwischen dir, zwischen diesem göttlichen Bewusstsein und so weiter. Und Kapitel 10 ist dann das Kapitel Bewusstsein, wie sich eben das Bewusstsein daraus formt, aus dem Zusammenspiel der Individualitäten. Und dann springen wir rüber in Kapitel 11 und das ist dann das Thema Erleuchtung, wo es um erweiterte Bewusstseinszustände geht und um tieferes Verständnis von dem Bewusstsein selbst. Und Kapitel 10 ist angehaucht an das Werk von Dr. David Hawkins, denn ich war in diesem erweiterten Zustand und habe dann gefragt, dass ich diese Tabelle kenne, aber ich habe kein Verständnis über diese Tabelle. Es ist zwar nett zu wissen, dass es diese Zustände gibt, aber dort in diesem Kapitel 10 wird das Ganze geschildert als Hochhaus des Bewusstseins. Es wird dann ganz detailliert erklärt, dass dieses Hochhaus das Bewusstsein ist und es wird auf jedes Stockwerk eingegangen, was sind die Unterschiede und wie kommt man in einen höheren Stockwerk und sozusagen dann später auf die Dachterrasse, das ist eben das Kapitel 11, das Kapitel Erleuchtung, wenn du dich entkoppelst von der Fassade, von den Stockwerken, von deinen Konstruktionen, der verschiedenen Bewusstseinszustände und das lernt man auch in dem Kapitel, wie man nach oben kommt und da hilft auch das Praxisbuch. Da gibt es sehr viele Übungen, dass man erkennt, in welchem Stockwerk bist du gerade und wie kommst du in den nächsten Stockwerk und was musst du dann dort tun, um in den nächsten Stockwerk zu kommen. Das Praxisbuch ist sozusagen eine Anleitung für die Erleuchtung, um in ein erweitertes göttliches Bewusstsein zu kommen auf Basis dieses Wissens als Fundament. Kapitel 12 ist dann sozusagen der Sinn, das heißt, wenn man verstanden hat, wie funktioniert Bewusstsein durch die verschiedenen Etagen, wie funktioniert das Kapitel, also dieser Erleuchtungszustand, wo diese Entkopplung weg ist von der Individualität, sondern nur noch Sein da ist. Dann geht es um das Thema Sinn, das heißt, man versteht plötzlich jetzt durch das ganze Wissen vom Buch bisher, okay, wie ist die Konstruktion, wie ist die Individualität, wie ist das Ganze aufgebaut und wie funktioniert Bewusstsein und was hat das alles mit mir zu tun und dann formt sich daraus ein, dass du gehst immer weiter zurück und siehst plötzlich ein Bild vor dir, du siehst ein, das ganze Puzzle wird gelüftet und du erkennst, ah, okay, deswegen und darum und dieses tiefe Verständnis auf die größten Fragen des Lebens. Kapitel 13 geht es dann um eine Erfahrung, die ich gemacht habe und zwar der Weg zur Selbstbefreiung, das ist ein Channeling, was dir hilft, die Augen zu öffnen, was dir hilft, dieses Bild, was wir im Sinn-Kapitel, also im Vorkapitel sehen, dich zu befreien, um das zu realisieren, also um diese Realisation zu erleben. Kapitel 14 ist dann von Asche zur Lava, das ist eine sehr, sehr crazy Erfahrung, die ich gemacht habe, wie gesagt, das ganze Buch, das sind alles Erfahrungsberichte, die ich dort einfach schildere und du bist sozusagen selbst, das Buch ist, ich schicke dich selbst auf eine Reise und ich habe das auch wirklich so geschrieben, dass du während dem Lesen das Gefühl hast, du bist selbst der Reisende, der das Ganze erlebt und mitmacht und das macht auch was mit dir, weil du es ja sozusagen so erlebst. Das nächste ist dann Asche, von Asche zu Lava, das heißt, es ist eine Erfahrung, die mich dann auf einen anderen Planeten gebracht hat, in einen erweiterten Zustand und wo mir einige Sachen erklärt wurden, dass der Sinn des Ganzen, was mit Liebe zu tun hat und wie Liebe alles formt. Sehr, sehr crazy Erfahrung, sehr, sehr toll. Das nächste Kapitel 15 ist die Brille ablegen, das ist dann das Kapitel, wenn man dann verstanden hat, okay, darum dreht sich alles und wie ist das alles aufgebaut, das macht im Gehirn etwas, die ganzen Neuronen und die ganzen gechannelten Texte, die sind so geschrieben, dass man nicht versteht, zumindest am Anfang nicht, was ist damit gemeint, aber die Seele versteht das und später, wenn man das Buch weitergelesen hat, wird immer wieder etwas erinnert und aufgedeckt und wiederholt und plötzlich macht das Sinn, weil man dazwischen immer Neues lernt. Also immer so ein paar Kernbotschaften, die sich immer wiederholen, aber die immer durch tieferes Verständnis, durch tiefe Erfahrungen plötzlich Sinn ergeben und bei Kapitel 15 kommt dann die Brille ablegen, das ist wieder eine Erfahrung, die dir die Brille ablegt, also die diesen Filter ablegt des menschlichen Verstandes und man realisiert plötzlich, ah, okay, ich bin gerade derjenige, der sich selbst dahin gebracht hat und alles, was ich sehe, ist eine Reflexion von dir, von deinem Zustand. Kapitel 16 ist, um das Ganze noch abzurunden, dass die Geburt der Seele, dort habe ich eine Erfahrung machen dürfen, wie meine Seele geboren wurde und wie sich diese Seele dann entwickelt hat. Sehr crazy Erfahrung, es ist einfach so, ja, das ist filmreif, also das zu erleben, wie deine Seele geboren wird und was sie dann als erstes tut und wie sie sich dann selbst entwickelt und was dann aus ihr wird. Crazy, crazy Erfahrung und die rundet das Buch dann so wundervoll ab. Kapitel 17 ist dann das Erwachen durch das Erinnern der Seele, du erinnerst dich durch das, wie du erschaffen wurdest und wachst plötzlich als deine Seele auf, aber du bist immer noch die Seele und dann ist das letzte Kapitel, Kapitel 18, die Entstehung von allem. Das ist sozusagen, wenn die Geburt der Seele eine Seite der Medaille ist, dann ist die andere Seite der Medaille die Entstehung von allem, also die Entstehung von dem, der die Seele erschafft und wie der erschaffen wurde, das ist dann so dieses, also diejenigen, die das Buch bisher gelesen haben, haben gesagt, das Buch kann man auch anders nennen, statt das große Mysterium einfach Mindfuck und jedes Kapitel ist Mindfuck plus, 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 plus bis hin zur Entstehung von allem. Und danach denkt man sich nur noch, okay, ich muss jetzt mal alles verdauen. Crazy. Ja, die Entstehung von allem. Crazy Erfahrung. Freut dich auf das Buch. Ich habe jetzt schon ein bisschen neugierig gemacht, wie gesagt, wenn du da noch ein bisschen tiefer schauen willst, schau einfach auf die Webseite, klick oben auf das Buch und lese dir die einzelnen Kapitel detaillierter durch. Dort erkläre ich ein bisschen detaillierter, worum geht es in jedem Kapitel. Ich will das Video nämlich nicht zu lang machen. Ja. Auf jeden Fall, das waren jetzt ein paar wichtige News. Ich hoffe, ich habe nichts ausgelassen. Doch, ich habe tatsächlich eine Sache ausgelassen und zwar, es kommt bald ein Bewusstseins-Podcast. Den werde ich bald veröffentlichen. Ich habe schon ein paar Folgen gedreht, ich werde aber noch ein paar weitere drehen, dass ich die ersten 30 fertig habe und dann werde ich es veröffentlichen und jeden Tag einen Podcast veröffentlichen. Der Podcast heißt Die Kunst des Bewusstseins. Der Bewusstseins-Podcast und wo ich über das Thema Bewusstsein spreche und das Ganze ist, ja, meine ganze Arbeit komprimiert, das Buch komprimiert und so weiter. Freu dich auf jeden Fall auf diesem Podcast, der wird sehr bald erscheinen. Ich werde dir bald Bescheid geben. Ich bin auch gerade dabei, eben das Praxisbuch zu schreiben. Das Manuskript muss in zwei Monaten fertig sein. Deswegen gebe ich jetzt Vollgas und ich wollte dich einfach nur informieren über den aktuellen Stand der Dinge, was sich gerade tut und wollte eben, weil ich so viele Anfragen bekommen habe in Bezug auf das Hörbuch, einfach sagen, es kommt, ja, es wird kommen und ich werde es auch selbst absprechen. Ich habe Gott sei Dank dieses Tonstudio hier und ja, wenn es fertig ist, ich denke mal, so ein paar Monate nach Buchveröffentlichung wird es dann schon draußen sein, vielleicht so gegen Sommer rum oder Herbst. Ich werde auf jeden Fall da Bescheid geben. freue mich auf jeden Fall sehr darauf, dass ich es dann doch mache und man wird es sozusagen nur als MP3 dann downloaden können. Gut, und auf der Webseite findest du, wenn du ganz oben gehst, über den Autor eine Beschreibung von mir, also mein ganzes Leben, meine ganze Geschichte, wie ich dazu kam, das Buch zu schreiben. sehr detailliert aufgeschrieben mit sehr vielen Sachen, die du über mich nicht wusstest, habe ich dort aufgeschrieben und es gibt auch einen Blog, einen neuen Blog, den ich extra erstellt habe, wo ich sehr viel Wissen auch aus dem Buch rausgebe, also nicht zwingend aus dem Buch selber, sondern eben um das Buch herum und über das Wissen in Bezug auf das Buch. Ja, das wollte ich einfach nochmal so gesagt haben. Ja, und dort findest du auch den Reiter Videos, das heißt, alle Videos zu diesem Buch sind dort strukturiert, und ja, da ist sozusagen alles drauf. Freue dich auf jeden Fall auf das Merch, das kommt auch hoffentlich bald, Podcast, Praxisbuch, Event, das, wie gesagt, Buch ist so schnell als möglich, es gibt nicht viele Plätze, wenn du mich dort live treffen willst und mit mir gemeinsam die Tiefen dieses Buches erforschen willst, dann ist das auf jeden Fall, dieses Event, wo du dieses Jahr hinschauen sollst, ist alles, wie gesagt, auf der Webseite verlinkt, ganz oben auf Events, dort kannst du auch das Ticket buchen, auch unter dem Video gebe ich dir die Beschreibung dazu. Freue mich sehr, dass du ein Teil meiner Community bist, freue mich für jede Unterstützung, für jedes Kommentar, für jedes Like, wenn du irgendwelche Anmerkungen hast zum Buch, zu Ihnen, ein Thema, was das betrifft, schreib es mir in den Kommentaren rein, freue mich sehr, von dir zu hören und von dir zu lesen und ganz kann man erwarten, dich im nächsten Video wieder zu sehen. Also, bis bald, ciao.